Entschuldigung, ich soll mich bei Ihnen melden. Okay. Und mit wem habe ich das Vergnügen? Ähm, ich gehöre zum Ärztestab, dem Virologenteam. Ich bin Laura. Wer? Laura. Mein Name ist Laura. Und wie heißen Sie? Ich bin Oberleut … Ich meine, ich bin Jan. Okay, Jan. Schön, Sie kennenzulernen. Ich bin doch richtig bei Ihnen, oder? Das ist korrekt. Ich koordiniere den Transport in die medizinische Einrichtung. Auf meiner Liste sind Sie die letzte fehlende Ärztin. Ach, oh, das tut mir leid. Aber ich kenn mich noch nicht so gut aus. Ich bin erst gestern Abend hier im Schutzdorf angekommen. So meinte ich das natürlich nicht. Sind Sie denn startklar? Aber klar. Meinetwegen kann's losgehen. Abfahrt ist in fünf Minuten. Sie können so lange … Was ist los? Da stimmt was nicht. Bitte bleiben Sie hier. Ich sehe mal nach. Sie sind durchgebrochen. Sie sind durchgebrochen. Was? Wo sind Sie durchgebrochen? Am Südeingang. Der Zaun ist zerstört. Machen Sie sofort in der Kommandozentrale Meldung und schlagen Alarm. Wir brauchen Verstärkung. Laufen Sie. Jetzt! Jawohl. Was passiert hier? Was sollen wir jetzt machen? Wir müssen das Dorf sichern. Die Untoten haben den Zaun eingerissen und greifen an. Es scheinen sehr viele zu sein. Was ist mit dem Ärztestab? In der Kommandozentrale können wir Sie besser beschützen. Wir holen den Stab und ziehen uns dann in die Zentrale zurück. Sie folgen mir und bleiben mir immer an meiner Seite. Haben Sie das verstanden? Okay. Der Transporter steht da hinten. Dann los! Schneller! Laura! Kommen Sie! Ich kann nicht … Ich kann nicht mehr. Laura! Achtung! Weiter! Wir müssen weiter! Vorsicht! Der LKW! Ich kann nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Aber ich kann nicht mehr. Ich muss weiter! Ich kann nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Dreh- und ich kann nicht mehr. Pandora